Du kannst die Aufgabe erstellen, Funktionen zu nutzen, bestimmte Rohstoffe zu fehlen, die drumher stehen und sonst andere überflüssige Sachen, was es natürlich nie gibt, wie du auch immer alles. Also meinst du. Wir brauchen nur Pfeilbogen und schüttelbar. So, dann haben wir das ja hingeschafft. So, Ladebalken, tschüss mit dir, ich will jetzt wieder rein. Ich hoffe, dass das jetzt offen in sich hoffs. Mit der Musik und so. So, dann widmen wir uns mal wieder den Weg, oder? Aha, auch ein Haus. Okay, was ist denn da? Wieso ist denn das da? Der kann sich unsichtbar machen, es sind sogar zwei unsichtbare. Das ist natürlich umso weniger ein Problem für mich. An den einen da. Alle Maschinen katalogisieren. So ist das. Und zack. 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 Da war. Da war. Und perfekt. Achso, lebt noch, lebt noch, lebt noch. Letzt. Jetzt aber nicht mehr. Weis. Wo ist er da? Jetzt hat er nicht gekriegt. So, warte, warte, warte. Und, zweimal. Uiuiuiui. Wiese, 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 wiese. Warte, da haben wir. So, nice. Du musst mal ausweichen. Jetzt kratzt ein bisschen drauf. Also, weiß ich nicht, wie ihr das macht, wenn ich die Kürze oder was? Wie die Minen? Ist die Scheiße oder was? Ach, nicht schlecht. Ja, die Minen ist scheiße und so. Ist das der gleiche da? Nein. Oha, ich hab's der gleiche. Oder? Haha. Genau gesprungen. Zack, zack. Wieder. Und, und wie? Nee, da ist noch einer, da ist noch einer. Oh, fuck. Da ist noch einer. Das ist der, der wir als erstes sind. Nein, dann hat der zweite. Das ist der zweite. Und, zack. Das Gerät ist neu, jetzt kann er quasi. Ja, jetzt ist das Gerät neu. Und, jetzt schauen wir. Zack, zack. Und, perfekt. Am besten schauen wir noch ganz kurz nach oben. Hm, weil das waren noch ein paar Nerven von bei mir. Schauen wir natürlich, dass wir die Minen dann fertig machen. So. Hm. Na gut. Na gut, also unter wieder mit uns. Aha. Gleich mal. Grauweisch machen und so. Aha. So. Dann probieren wir's. Nicht. Oh shit. Na gut. Hier, du brauchst mir jetzt nicht auslachen. Wand. Wir müssen also einen. Oh man. Jetzt, jetzt. Ist das jetzt. Jetzt wieder. Dort steht der Zeug. Zeug, 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 zeug. So, finde den versteckten Eingang. Wir müssen also einen versteckten Eingang finden. Wenn das richtig schön mal machen könnte. Genau. Aber. Aber. Weil da so ein kleines Kletterwegchen ist. Könnte es ja vielleicht möglich sein, dass uns das kleine Kletter. Wie könnte es uns zeigen könnten, wo denn der Eingang ist. Und zack. 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 Weißt du wie scheiße ich gar nicht wie das hieß? Das kann ich nicht. Ein Schuss kann ich nicht fertig machen. So und. Hipp. Ah. Und da nochmal. Und da nochmal. Oh. Dankeschön. Ich sollte dich lieber küssen. Oder wir haben jetzt den Eingang gefunden. Nice. Wir können mal überbrücken. Perfekt. Und. Gut steht der Zeug da. Gehört jetzt uns. Wir müssen jetzt nur noch schauen. so umgehen. Wo ist der Dean so abgemacht? Oh. Da sieht es ein bisschen kalt. Oh so. Haha. Bissским eigenruhen. Uiuiuiuiuiuiui. Da bin ich ja mal ja gespannt welchen Gegner wir am Schluss haben. Und sammeln. Sammeln. Okay, da wird wahrscheinlich dann der eine oder andere Gegner mit so Eiskräften vielleicht auf uns warten. Also, vielleicht ist das quasi auch so eine schöne Andeutung, oder einfach weil wir beim Berg waren, kann das wieder irgendwie so richtig schön dann zur Geltung kommen, dass es so ein bisschen künktlich ist. Ja. Na, da bin ich gespannt. Das war... Aha, erfrischend, ja dann haben wir uns wieder einer. Okay, oder auch nicht, bis zur Elfte. Und da haben wir ja wieder die Produktion. Oh, der ganz große Halt. Ha, dann machen sie uns das auch ein bisschen ganz einfach. Weil der auch gleich... Weil wir nicht mehr weit gehen mussten, also haben sie es uns gleich mal ganz leicht gemacht, könnte man sagen. Und zack, zack und zack. Und zack. Perfekt. Ja, ja, topft dir aus, topft dir aus. Ja, ja, ich bin schon wieder weg. Du, du, kann mal alles vollfüllen, nur für alle Fälle. weil man kann ihn ja nicht missen, dann werde ich da ein paar Fallen aufbauen, so, genau, einmal, das ist eh so riesig, da hoffe ich, dass es auch genutzt wird, ich kann mir gut vorstellen, dass er da auch so in diesen Bereichen, der rumläuft, auf ganz Wild, und da dann vielleicht das ein oder andere um den Meier geht, also, dass wir da vielleicht die ein oder andere Taktik wieder machen, ich glaube, gegen ihn haben wir eh schon ein paar Mal gekämpft, aber, so, das ist ja auch nicht immer so einfach, wie man kann, weil vielleicht ist das noch ein stärkeres Modell, oder sonstiges, aber wir haben ja noch genug am Start, am Dusseln hier, und da vielleicht ein Meier machen können, so, und zack, so, ich glaube, wir müssen sogar mehrere von den Dingern da kaputt machen, weil ich habe gesehen, da kümmern wir uns noch mal rauf, so kann das sein, dass das sogar die stärkste, die stärkste Brutstätte ist, kann schon gut möglich sein, oder dass er sogar ausbricht und wir hätten nur einen machen müssen, okay, jetzt noch, dankeschön, und riese Brücken, und runter mit uns, und, ist schon gut, ah, okay, es gehen alle vier. Aha, hi. Fuck, falsch. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Okay, passt. Passt, 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 passt. Zeig. Zeig. Oh, fuck. Wir haben aber, wir müssen aber auch dazu sagen, man kann sich hier auch nicht wirklich jetzt verteidigen, oder so, oder wenigstens kurz in Deckung gehen, oder so. Fuck. Uiuiuiuiui. Okay, die Fallen, die helfen auch nicht gerade wirklich. Helfen nicht gerade wirklich. So. Zeig. Zeig. Wir müssen unbedingt, aber richtige Treffer machen. Richtige, genau da, wo die Schwachstellen sind. Auf alle Fälle. Zack. Bistet bedeutet, wie viel noch. Geil. Geil, 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 geil. Yes. Yes, 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 yes. Perfekt. Ich glaube, wir stehen geblieben, weil er elektrisiert worden ist. So haben wir ihm leicht im Ei machen können. Oh, shit, 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 zack, 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 zack. Nice. Eins, zwei. Oh, fuck, 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 fuck. So, und weg, 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 weg. Kurzes Scan, weil ich kenne ja das Spiel, das fährt er dann einfach auf. Und, oh, fuck. Yes. Jetzt wollt ihr das unbedingt treffen und so, und dann. Ja, genau. Wieder ein Zweiniger, wieder ein Zweiniger. Perfekt. So, zack. Und zack. Und schon rum. Perfekt, wieder. Oh, fuck. Und weg, 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 weg. Au, der Schutz ist auch schon mehr, oder? Der Schutz ist da auch schon ein bisschen mehr gegangen. Oh, zack, zack, zack. Zack. Ah, genau. Zack. Zack. Ah, jetzt ist der Schutz auch wieder da mehr, oder? Und, bisschen Deckung. Aha, da haben wir sogar jetzt was. Da haben wir sogar was. So. Ah, jetzt ist er genau im Weg. Wisst ihr. Jetzt ist er genau im Weg. Das sind genau seine Sachen, die sie verloren hat, glaube ich. So, genau. So, genau. Bisschen auf, meistens. Ah, genau. Perfekt, auf alle Fälle. Zack, zack, zack. Zack, jetzt können wir sich auch umso wehren, und so. Na, genau. Und, wieder eins weniger. Schösser. Wow. Uh, beruhig dich, Junge, beruhig dich. Zack. Hm, da haben wir's, da haben wir's, da haben wir's, da haben wir's. So, äh, ne? Sammel, 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 sammel. Perfekt. Wir müssen nur schauen, dass wir schön brav die Ziele treffen, wenn wir es nicht machen, weil... Ja, genau. Der, geht der nicht mehr, aber wir haben ihn. Wir haben ihn. Nice. Und, kann man da, äh, ja, das, die wichtigen Sachen haben wir mit, das, das zählt. Das zählt, hauptsache, die wichtigen Sachen. Ich hoffe, dass wir dann mit den Putschen dann wirklich fertig sind, nicht, dass ich dann irgendeinen noch vergisse, oder so, das will ich überhaupt nicht. Das wäre dann wirklich schade, wenn ich dann irgendwelche vergisse, oder sonst irgendwas. Und, wieder haben's geschafft. Alle Körner überbrückt. Perfekt. Dankeschön. Darum finde ich, dass mir da auch mal geholfen hast. So, dann haben wir's auch wieder geschafft. Also, Hephaestus ist die Ursache der Brunschleppendatenstörung. Er zwingt sie, aggressive Maschinen herzustellen. Er war einmal ein Teil von Gap. So, da haben wir dann auch noch was. Alles klar. Aber jetzt agiert er selbstständig, wie Hades, und verfolgt eigene Pläne. Aber warum? Was will er erreichen? Noch ein Einzel, das es zu lösen gilt. Na, warte, dann lassen wir's noch ein bisschen reden. Aha, das ist doch vielleicht noch wieder so was, wo angekündigt werden könnte, wie es vielleicht mit der anderen Neemission, da vielleicht weiter geht er so. So, Buttsstätten haben wir mal. Verdammt nicht so. Tutorials, 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 Schadgebiete, Langhäuser, Baditen. Alles klar, haben wir kurz Fertigkeiten. So, da, was ist das genau, niederschlagen? Ja, dann machen wir das mit niederschlagen. Pfff, okay, das ist richtig, wenn Waffenspuren und Outfitsgewebe können entfernen, aha, das war auch nicht schlecht. Also, entweder mal zurückschlagen. Wo? Ich nehm das. Okay, passt. Karte, 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 Karte. Nehmen wir sie, nehmen wir sie, nehmen wir sie. Okay, da haben wir noch eine Neemission. Dort haben wir noch eine Neemission, ist mir aufgefallen. Schon öfters. Neh, also, so wie der verdorbene Zoo, ne? Ich würde sagen, haben wir uns dort wegen der Neemission hin. Also, ich glaube, weil wir, ich glaube, wir müssen dann schon wieder eine Outfit anziehen. Das ist sehr, ein Pfeilbrecher in Outfit, schützt gegen Geschossangriffe. Na, da bin ich jetzt auch mal gespannt. Ich glaube, wir müssen dann wirklich uns wieder ein bisschen umsteigen, ein bisschen schminken gehen, ein bisschen die Haare machen, ein neues Outfit. Und Freien natürlich und ziehen. Weil, naja, wir machen. Also, ich glaube, wir machen.